yo herzlich willkommen zu einer weiteren folge fortnite skin vorstellung hier haben wir maini endlich haben wir maini wobei es ein paar mal auch in game gewesen also kommt scheinbar sehr gut an sieht auch ziemlich cool aus wie man das hier sieht so lassen wir es doch einfach mal ganz kurz hier laufen hier ist unser erster maini so leute wenn ihr uns kostenlos unterstützen wollte eine news gerne im item shop den krägern zu vordergleich tv darauf annehmen drücken und unterstützungs kostenlos und ich würde sagen viel spaß mit dem video hat hier den driver schön gehittet und dann ist er auch schon wieder weg ja hier haben wir auch wieder so eine crazy szene das sieht aus als hätte da irgendwie so eine kleine laterne keine ahnung mega pümpel oder so in der und total strange mary poppins in fortnite so da ist unser zweiter maini im game mit dem geilen backpack hier hinten mit diesem holo backpack mit der holo wirbelsäule sieht richtig fett aus gefällt mir sehr 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 gut Das war ein geiler Hit. Wir spulen einfach mal ein bisschen vor. Gucken mal, den hat er schön gehittet. Den hat er schön gehittet. Den hatte vorher jemand. Der war gut. Ja, wenn euch das heutige Video gefallen, dann lasst mal bitte einen Daumen nach oben da. Schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Fortnite Skin Gameplays. Schaut rein, was gibt es dann und tschüss. Ja. Hm. Ich bin super gut.